herzlich willkommen bei der ersten folge biertrinken mit karin und martin herzlich willkommen wie ihr seht das glas ist nicht mal mehr halbvoll es ist schon fast leer was wollen wir euch vorstellen in der ersten folge es handelt sich um das ipa der crew ale werkstatt aus münchen und ich sag zum wohl ein wunderbar opfen aromatisches ipa ich würde sagen eines der besten ipa aus deutschland und wem es zu stark